Sonst noch Neuigkeiten? Ja, ich hab gute Nachrichten aus Deutschland gehört. Die Arena von Mainz 05 bekommt einen neuen Namen. Das muss natürlich gebürt gefeiert werden. Ich komme morgen vorbei mit meinen Liverpooler-Spielern. Zum Freundschaftsspiel gegen die 05er. Am 7. August in der neuen Opel-Arena. You'll never walk alone. Euer Jürgen. Naja, kein Wunder, dass er wieder kommt. Der war ja immer verrückt nach meiner Wurst, ne?